Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Rival Schools. Gut, bevor ich zu den beiden Jungs hier oben komme, gehe ich nach unten hin. Zu Hideo und Kyoko. Wie immer die Frau nach vorne. So kommen wir zum letzten Kampf. Hoffe ich. Ja, der Sprachenlehrer Hideo und die Hygienelehrerin Kyoko sind beides neue Lehrer einer Justice High School. Einer Hochschule für die Super Elite. Eines Tages befiehlt ihn der Präsident der Justice High School, andere Schulen auszuspüren nach Rekruten für die Justice High School. Nun, fangen wir mit Gedo High School an. Dann gehen wir weiter zu Goron High School. Hideo, warum hat der Präsident uns ausgesucht, das zu tun? Ich weiß es nicht. Es ist besser für uns, nicht daran zu denken. Es ist kein Wunder, warum es in diesem Land Tag für Tag schlimmer wird. Ach, beruhig dich, Kyoko. Gehen wir einfach zur Gedo High School. Wuhu. Ja, die wissen gar nichts. Ihr seid von Gedo High School, richtig? Ich muss mit euch reden. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir können keine Zeit mit euch verschwenden. Hideo, denkst du nicht, dass wir unsere Zeit mit solchen Pennern verschwenden? Hey Mädchen, pass auf, was du sagst. Hm, das ist nicht gut. Da haben beide Seiten ein bisschen das Maul zu weit draufgerissen. Okay, um ehrlich zu sein, ich habe vielleicht einmal mit Kyoko gekämpft. Und warum macht er sofort der Team Appetit? Das ist gut. Okay, grundlegende Controls sind ja ziemlich gleich. Aber sie hat eine echt gute Reichweite. Oh, 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 oh. Okay, die machen mich hier echt fertig. Na komm. Okay, mit drei kann sie das nicht. Was das ist? Ich kiffe mit Hideo. Mal sehen, wie der drauf ist. Na? Ich bin Spielfahrer Cross-Tacken gewohnt, ey. Da war ich Störung ähnlich, aber nicht ganz gleich. Na? Na? Mann, ist ja... Okay, weißt du was? Ich habe Spezialeister voll. Fritz. Ah, Gemeinheit! Tja, auf so eine dumme Aura darf man sich nicht verlassen. Na? Hörst du mal auf! Der hat echt eine Luftattacke. Tja, so ist das halt. Wir sind echt komisch. Mist, dieser Ultime hat uns echt besiegt. Wie können wir nur hoffen, dir Justice High School zu besiegen? Was? Ihr habt ein Problem mit Justice High School? Diese Verlierer von Justice High School sind dafür verantwortlich, dass unser Big Boss weg ist. Wenn das wahr ist, dann ist die Situation echt ernst. Berücksicht, Kiyoko. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. Versuchen wir, ihre Geschichte am nächsten Ort zu bestätigen. Gorin High School. Seid ihr nicht die Leute von Gorin High School? Was wollt ihr mit uns? Wir sind schon Justice High School. Euer Freund kommt mit uns. Er ist bei uns. Ihr meint schon mal? In dem Fall muss ich euch eine Lektion erteilen. Naja, es ist mir nicht so von eingefallen. Lektion. Lessen heißt eigentlich Unterricht schon und das war mir als erstes in den Sinn gekommen. Das bräuchte ich aber nicht zu sagen, weil das klingt echt bescheuert. Ich bin übrigens gerade leicht erkältet. Ich hasse das! Sie greifen mich ständig aus der Luft. Das hättest du ja wogegen gehabt, wa? Okay, so langsam habe ich es wieder. Komm her! Ich glaube, ich bleibe bei Kyoko. Mit der musst du sowieso gut kämpfen können am Ende. die Frau hat so lange Beine. Und sie hat gemeinde Techniken. Heiliger Mist. Ich dachte nur nicht, dass ich damit treffe. Shoma, bitte bringt Shoma zurück zu mir. Die Gerüchte sind also nach allem immer noch wahr. Ich habe mich mit voller Kraft gekämpft. Ihr solltet in Ordnung sein. Entschuldigt uns jetzt. Warte, es ist noch nicht vorbei. Mein Bein ist immer noch gebrochen. So ein Mist. Jetzt kann ich verstehen, warum den Auswechslschülern der Ehrgeiz fehlt. Das ist komisch. Warum hat der Präsident uns befohlen, zu ermitteln, obwohl er wusste, dass wir die Wahrheit herausfinden würden? Vielleicht wollte er uns benutzen. Kyoko, wir sollten aufhören. Lass uns aus dieser Situation rauskommen. Ich fürchte, ihr zwei könnt das nicht tun. Eure Verantwortung ist es, uns gute Athleten zu bringen. Wie diesen Jungen. Wie könnt ihr das nur einem unschuldigen Schüler antun? Lass ihn gehen. Sofort. Wow, so das ist jetzt eine Überraschung. Ich hätte dich gedacht, dass sie Shoma mitbringen. Beziehungsweise, dass Reise mit Shoma ankommt. das ist jetzt eine Überraschung. Sofort. 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 Green Sonic. Haha, du bist nicht, ich bin also nicht der Einzige mit Luftangriff. Ach, scheiße. Aua. Pink steht ihm nicht. Ah, Mann. Ich stehe auf dem Kampf viel. Ist mir gerade aufgefallen. Ich benutze sie viel zu wenig, ihre Spezialattacken. Ja, und so viel dazu. Den Kampf sollte ich ja verlieren. Nein, wir waren keine Herausforderung für euch. Präsident, tut was du wolltest, aber bitte lasst Kyoko gehen. Nein, ich brauche euch beide, um meinen Plan zu vervollstellen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr werdet euch gar nicht schuldig fühlen. Ich mache diesen Zauber auf euch. Hallakazam! Warum hat Hideo eigentlich diese Schulterdinger? Seid ihr nicht die Leute, die den Fall von Justice High School ermitteln? Die Leute könnten eine Bedrohung sein. Wer seid ihr? Ihr solltet uns eure Namen geben, bevor ihr fragt. SILENCE! Ich töte dich! Yep, jetzt sind wir mal die Bösen, die gar nicht böse sein wollen. Schon wieder. Die Amerikaner waren ja auch die Bösen, die nicht böse sein wollen, aber... Oh, ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich gegen die gekämpft habe, dann war es echt scheiße. Au, au, au. Heiß. Im Ernst, die Tritttechnik fand ich jetzt nicht schlecht? Meine Fresse, nee, hör auf, so eine Kombi reinzuhauen. Oh, ist das ein Griff? War nicht schlecht. Naja, sie ist die Gesundheitslegerin, aber das tötet mich jetzt. Man konnte da den Rock glotzen. Ich probiere es mal mit Tidio, obwohl ich keine großen Hoffnungen hege. Ich hasse seinen grünes Aufwand, um Himmelsöhnen, der sein Weiß nennt besser aus. Aua. Hörst du mal auf! Bauen sie die so gut! Im Ernst! Oder bin ich einfach nur schlecht geworden? Als Wild Wilder Cross-Tank krieg ich nämlich langsam was gebacken. Okay, dann spürt er das vor der zweiten Punkt, sieht er, die Trinke über ihn. Ah, Mann! Ich war in der Luft, jetzt hat er umgetroffen. Gut, dass das ein Griff ist. Okay, gut. Sehr knapp. Oh, im Himmels Willen, ey. Ich heiße Amerikaner in diesem Spiel. Au. Na, ja. Das ist doch ne gute Kombo. Wah. Okay, damit kann man echt fliegen. Und dagegen wird er sich irgendwie nie. Moment, immer kurz Sitzpose ändern. Mein Fuß verkrampft sich, wenn ich den langen mache. Warum auch immer? In your face! Plötzlich geht's. Ah, was für eine Kraft. Das ist dämonisch. Ah, nicht schlecht. Ihr solltet mit uns zusammenarbeiten. Ich initiiere euch etwas, damit ihr jetzt das tut, was wir wollen. Tut was dem... Tut mir was ihr wollt, aber fasst bloß nicht Tiffany an. Ryan Bowman, ihr arbeitet jetzt zu uns. Für Justice High School. Bye, Captain. Irgendwas in meinem Kopf fühlt mir etwas, aber ich hab keinen Bock. Ich bin zu faul. Ja, ich verstehe, Präsident. Was auch immer. Hideo, was ist los? Wir müssen uns beeilen. Die Tei High School Studenten gehen Richtung Justice High School. Uh, ich darf gegen Batsu im Kioske antreten. Komisch, nie ist die Frau dabei, abgesehen von Gorin High School. Warum auch immer.